Wollen wir auf diesen Rollen stehen bleiben? Wollen wir einfach probieren? Okay, geh nur ganz vorne. Hey, wir müssen die hintere, wir müssen die hintere. Du musst vor mich stehen, Edi. Jetzt. Genau. Warte, mal schau'n. Oha! Nee, die passt so gut aus, als einer trinkt. Guck mal, ich bin schau'n. Warte! Die drei Muskel-Tiere stehen, was hat das gebraucht? Oh, das ist ja 10 Milliarden. Das ist ja 10 Milliarden. Pass auf, das zieht dir nicht runter, Scheiß, Digga. Wir müssen los, wie sie sind. Geh, 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 geh. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, er hat mir fast Karma gegeben, Digga. Egal. Fss, wie viele ausges- Digga. Komm, 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 komm. Okay, ich bin hier im Schifflein. Ey, wir sind die letzten drei, wir können's finale. digga zuvier das war noch zeit als es noch kein internet gab digga und man auf sexy sport clips gewechselt hat und dann kam überwährung der alten oma dominas und gar nichts mehr kann mich noch ganz genau was sind das für sexy sportletziger warum sich da zwei schwänze rum stolzieren soll ich mir auf ihnen ein wixen oder was und auf ihn auch die alle was ist das für gesichtselfmeter was das denn für sexy sportlips wo ist los bruder da hätte sich aber damals nichts geregt alter für die welt ist ja der hässlich das fängt ja an zu heulen dann habe ich mir genau den richtigen vogel rausgesucht für unsere verdrehtung des geschlechts egal wie man mir heilt ich kann das einfach nicht ich war ein Wesen was war ja? in der Schule bei der Kuhs in der ganzen Schule und dann da hat diese Mundprobe diese Schaukel alle haben es gemacht alle mussten es machen und ich war der letzte Daniel ja wenn ich Schaukelte gelaufen geht sie war nicht so, wenn ich hochgeschaukelt habe und man überall brennt mit uns alle Kinder haben geguckt alle haben geguckt ich habe geschaukelt ich habe geschaukelt ich habe geschaukelt ich habe immer ein paar und dann und dann also nochmal ganz kurz als kleiner Hinweis das sind sexy Sportclips Digga welcher Hurensohn holt sich auf die Scheine runter ja Moin also Digga das läuft jetzt ungefähr bei mir seit 10 Minuten und ich habe noch nicht eine Titte gesehen noch nicht ein bisschen irgendwas außer das Kantengesicht ja besser ist es also was ist aus den guten alten sexy Sportclips geworden Digga Schmutz